Wird die große Witwenrente bald nur noch befristet gezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Hier wieder eine ganz interessante Anfrage, die wir auf rentenbescheid24.de bekommen haben. Ich bin Bezieher einer großen Witwenrente und habe im Internet gelesen, dass diese Witwenrente bald nur noch befristet gezahlt werden wird, weil der deutsche Staat oder die deutsche Rentenversicherung kein Geld mehr hat. Ist das so? Ich weiß nicht, ob das eine Falschmeldung ist, was Sie da gelesen haben, ob das bewusst so ins Netz gestellt worden ist, aber ich kann Sie beruhigen. Nein, das ist nicht so. Wenn Sie eine große Witwenrente bewilligt haben, kommen, dann wird die Ihnen weitergezahlt. Und zwar so lange, bis Sie entweder selbst wieder heiraten. Dann haben Sie nämlich keinen Anspruch mehr auf die große Witwenrente. Dann können Sie vielleicht sogar noch eine Abfindung von 24 Kalendermonaten Witwenrente bekommen. Oder aber Sie sterben einfach. Wenn Sie sterben, endet Ihr Anspruch auf die große Witwenrente. Das heißt also, es wird, und es ist nicht erkennbar, dass die Bundesregierung oder irgendeiner von den Handelnden in Berlin irgendwie gesagt haben sollte, dass die große Witwenrente nur noch befristet geleistet wird. Das wird es nach aktuellem Stand nicht geben. Deshalb müssen Sie sich da keine Sorgen machen. Also, nicht alles, was im Internet steht oder was Sie da hören, ist auch wirklich wahr oder entspricht auch den entsprechenden gesetzlichen Tatsachen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.